Spalten. Reihen. Das sind die Reihen? Das sind die Spalten. Ich habe irgendwas gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ich schneide es einfach nicht. Ich habe es gerade einfach gedrückt. Ich mache es jetzt auch wieder. Lass die Tür zu. Oh, falsch. Okay, da ist irgendwas falsch gelaufen. Ich weiß nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Hä? Eins, eins, dann zwei. Drei. Drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf, sechs. Hä? Eins. Hallo Kerstin, willkommen zur Let's Play Live Show. Hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier. Das gibt überhaupt gar keinen Sinn. Vor allem mit den Bildern außen schnelle ich das gerade nicht. Achso, die, achso. Jetzt stelle ich das. Achso, wie viele Blöcke in diesen Reihen sind, die Zahlen. Also vier. Dann müssen wir das so machen. Sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber hier sind nur zwei. Hä? Schnell ich nicht. Oh Gott. Ähm. Dann ist es sooo nicht richtig, oder? Warte mal. Oh Gott, ich schneide das nicht. Boah, kalter Kaffee. Geklafft. Ähm. Hä? Also unten macht Sinn, ne? Die Achterreihe. Die haben wir schon, ne? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kann ja nicht, stimmt. Sechs dann, weil... Hä? Sieht gar nicht so leicht aus. Was zum Knobbeln? Ja. Dass ein Abstand dazwischen ist? Also so... Hä? Hä? Ich bin zu doof dafür. Hä? Aber warte mal. Hä? Kann das sein, dass die Reihe so ist dann? Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und die vier ist von hier. Eins, zwei, drei, vier. Und sechs ist auch von hier. Oder sehe ich das dann falsch? Eins. Weißt du, untere sechs musst du rausfinden, wie genau zusammengehängt... zusammengeordnet? Äh, ja. Also muss die sechs aus den Reihen bestehen, die mit den oberen zusammenhängen, oder was? Äh... Oh Gott, das ist so fürchterlich. Entweder links zwei frei, oder rechts zwei frei. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Geht nicht. Fünf, sechs. Bestimmt auch nicht. Hm. Ähm... Wenn ich jetzt hier oben bin mit zwei, dann ist... Ist auch so nicht richtig. Boah, diese Geräusche. Früchterlich. Oder hier ein Rand... Was? Ein frei am Rand? Tatsache. Ach so. Ja, warte mal. Ach so, warte mal. Da sind zwei am Rand frei, dann ist es so. Ah. Jetzt macht's auch Sinn. Natürlich jetzt... Ah, jetzt... Ah, jetzt ja. Eine Insel. Jetzt kommt der Geist. Stimmt. Das ist doch bestimmt der Geist oder so, ne? Kann das sein? Ne, Moment, äh, war das falsch. Das, äh... Nein, w-w-w-hä? Oh Gott, ist das fürchterlich. Oh Gott, ist das fürchterlich. Oh Gott. Huch, nein, wollte ich gar nicht. Äh, oder? Warte mal. Habe ich da noch irgendwas zum Lesen? Aufgaben? Ne, habe ich alles gelesen. So. Oh Gott, ist das furchtbar. Äh, warte mal. Äh, warte mal. Es ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Äh, wenn das neun ist, ne? Dann ist doch... Hä, wo geht der denn hin? Der soll... Hä? Okay. Zehn ist klar, dann macht's auch Sinn, ist wieder die Reihe komplett. Ähm... Oh Gott. Ähm... Ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Ähm... Zwei, drei, vier, fünf, sechs, nein, sieben, acht. Oh Gott, ist wüchterlich. Sechs, ne, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Boah, dieses Spiel. Boah, ist ja furchtbar. Ähm... Achso, da muss... Äh, Moment. Also, na. Der geht immer woanders hin, wo er hin soll, der Cursor. Das ist total nervig. Hä, das ist doch... Hä? Aber die Reihe muss doch richtig sein. Was? Mach erst die neuner und die beiden fünfer senkrecht. Okay. Ähm... Äh... Warte. Oh Gott, das ist furchtbar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Na. Oh Gott. Furchtbar. So. So. Vier, fünf, sechs, sieben. Nein. Was soll denn das ergeben, bitte? An Figur oder so. Nein, das ist falsch. Das... Nein. Warte mal, sechs da oben müssen wir sechs haben, ne? Da oben müssen wir sechs haben. Das klingt auch so falsch. Fünf. Hä? Hä? Aha, okay. Okay. Äh, einer. Nein. Da muss auch sechs haben. Drei, vier, fünf, sechs. Okay. Da müssen wir drei haben. Und ein. Fünf und drei. Oh Gott. Oh Gott. Hallo Schnoggi. Willkommen zur Let's Play Live. Schon zum Live-Let's Play von The Ghost of Marples Creek. Oh Gott, das ist fürchterlich. Es ist so furchtbar. Das erste Rätsel schon am Scheitern. Na. Jetzt aber. So und so. Furchtbar. Wenn du jetzt schon abgeschaltet hast, auf YouTube kann ich dich voll und ganz, kann ich voll und ganz nachvollziehen. So, was haben wir denn hier? Interagieren. 10. Oktober 2011. Streng geheim. Betrefft Kate Burroughs. Verschwand in Marples Creek am 9. Oktober 2011. Beschreibung. Kate Burroughs, 19 Jahre. wurde von ihren Eltern als vermisst gemeldet, als sie Sonntagnachmittag nicht heimkehrte. Ihre Angaben zufolge verließ sie Burlington am Freitag, den 7. Oktober, um das Wochenende mit ihren Freunden zu verbringen, denen sie drei Wochen zuvor in Marples Creek kennengelernt hatte. Sie rief einmal zu Hause an, Samstag, 8. Oktober, 9.43 Uhr, um zu sagen, dass alles gut sei und sie wandern gehen würden. Ihr Handy sendete am Sonntag um 10. 23 Uhr das letzte Signal. Auftrag. Finde Kate Burroughs. Joss & Stephen, Leiter der Special Detective Unit Burlington, Vermont. Uh, yeah. Mein Auftrag ist also, Kate Burroughs zu finden. Ja, ist klar. So, was haben wir hier? Ein altes Kaugummi, oder was? Ey, wir haben Leuchtpistole. Uh. Mhm. Sammelbar, Arte, Arte. Ich wollte doch noch weitergucken. Wow, was haben wir denn hier? Leuchtpatrone, Sternensymbol, Reliefstücke und rechte Handrelief. Ich lad mal die Pistole nach. So, was kann ich damit jetzt machen? Kann ich jetzt, kann ich vielleicht damit draußen die Tasche runterschießen? Ich probiere das mal aus. So. Ähm, ich probiere das mal aus. Äh, es geht ja nicht um die Steuerung. Schnoppi. Steuerung ist eigentlich echt gut umgesetzt für Konsole, muss ich sagen. Freue ich mich drüber. Ähm, aber, Alter, die Minispiele gerade ist schon so. Was kann ich denn jetzt? Ah, warte mal. Jetzt kann ich mit der Pistole bestimmt die... Nimm das! Oh, wie gemein. Die schießt einfach auf Tiere. So. Gehen wir mal die Straßen entlang. Die Glocke läuft unablässig. Also, ob sie jemand herbeiruft. So, hier ist der Baum. Marple Creek Tree. Mhm. Kurios. Ein weiterer Baum namens Marple Creek Tree oder... Was? Candle Grind? Und... Ein Küsten... Baum... War... Der größte je gemessene Baum. Und wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gefällt. Die Glasscheiben sind scharf. Und scharf genug, um mich oder etwas anderes zu schneiden. Dann nimm das rechte Handrelief. Was haben wir hier? Wälder, Bäche, Steine, Tiere. Auf dem Wanderweg gibt es viel zu entdecken. Das haben wir ja gehört. Durch reinen Zufall bleibt der berühmte Bau des Ortes unberührt. So, wo gehen wir als erstes hin? Kirchtor. Äh, Kirchtor in den Wald. Wir gehen mal hier zum Kirchtor. Oh, was ist das denn? Oh! Wir haben einen Engelskopf. Sehr schön. Wir wissen, was wir damit zu tun haben. Nur eine kleine Kirche doch. Dieser Ort hat etwas... so unruhigend ist. Oh, der war unruhigend. Met. Met. Warte mal, hier ist so ein Sternchen. Da haben wir hier noch so ein... Oh Gott. Haben sie auch noch eine richtige Reihenfolge, oder was? Hier kann etwas platziert werden. Das sieht aus wie so ein Körper. Körper Klaus kann hier... Nee, okay. Ich glaube, ich brauche hier noch was für. Ich bin mir... Oh Gott. Oh Gott, das wird fürchterlich. Ich gehe mal zurück. Okay, sonst haben wir nichts hier. Nee. Das werden wir bestimmt später erst aufkriegen. Ich gehe mal in den Wald. Die Wanderungen sind wohl das schön. Doch ich muss zunächst mein Ziel kennen. Nach rechts. Nach links. Ohne Karte oder ohne Karte oder ohne Karte, werde ich nicht weiterkommen. Geh doch einfach. Es ist kein Zeitpunkt für scenic hiking trails. Ich gehe nicht ohne ohne Karte. Die Traile sind schön. Aber erstens muss ich wissen, woher zu gehen. Okay. Ja gut. Dann gehen wir erstmal hier vorne zum... Genau. Meine Beweise leuchten. Stimmt. Tatsache. Ein neuer Beweis. Ach ja, hier. Vermisste Person. Hier. Opfer. Nee. Vermisste. Die Vermisste ist ein Mädchen namens Kate Burroughs. Vermisste Kate Burroughs verschwand in Marple Creek am 11. Oktober 2011. Vermisste Kate Burroughs. Anscheinend ist sie in großer Gefahr. Ich muss sie finden. Außerdem gibt es in Marple Creek einen weiteren unauffälligen, unaufgeklärten Fall dieser Art. Falls die beiden Fälle in Verbindung stehen, so wie mein Gesicht hier oben. Ne, Detektiv. Hier ist der Detektiv. Ja. Kann mir jeder Hinweis von Hamilton Fall helfen, Kate zu finden? Hamilton Fall. Eine Verbindung. So, was haben wir hier oben? Was steht hier oben? Abgeschlossen. Detektiv. Kann ich hier jetzt hier oben beipacken? Nein. 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 Okay. Danke für den Hinweis im Übrigen. So. Dann packen wir mal eben hier die... Oh Gott. Jetzt muss ich einfach gucken. Ähm. Hände vors Gesicht. Das kann... Ist das hier? Nein. Hände vors Gesicht hier? Auch nicht. Ähm. Da ist es. Ich muss hier mit dem grünen Medaillon um den Hals... Wo ist das? Ist das hier? Nein. Da oben ist das. Okay. Ich muss ein bisschen gucken. Das ist gar nicht so einfach. Die da oben mit den zwei Fingern ist schon mal richtig, so wie das aussieht. Ähm. Die mit den Locken hier. Das könnte auch schon hinkommen. Die hier ist, glaube ich... Ist das hier so? Und so? Die mit der Feder ist hier. Hilf. Hilf mir. Hilf mir. Ich erinnere mich nun. Wie kommt der da rein? Nein. Du warst falsch. Du bist doch in großer Gefahr. Du bist doch in großer Gefahr. Atomexplosion? Wir kannten uns. Und recht gut, wie es scheint. Ich muss ihn aufwecken. Wie ist er da reingeraten, frage ich mich. Und wer hat dann die kleinen... Ist egal. Ich kann seinen Atem auf der Hand spüren. Er ist am Leben, aber bewusstlos. Vielleicht würde etwas Wasser helfen. Was ist das denn? Was ist das? Aha, ein Relief. Okay. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal da rein. Wir lassen ihn einfach mal liegen. So. Huch. Hübsch hat das hier drin. Ah. Vier Fragmente fehlen. Ich habe keine weiteren Fragmente. Okay. Das heißt, wir müssen auch irgendwo Fragmente dafür finden. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Schöne. Zoomen. Zoomen. Eine ominöse Glocke mit mehreren Menschen. Und ein Mann, der sich am Kopf hält. Die Skizze ist voller Ruhm. Was könnte sie bedeuten? Dies muss der Glockenturm sein. Merkwürdig. Eine schallende Glocke und ein Mann, der über den Menschen thront. Und dieser Glockenschwängel... Habe ich das gerade wirklich gesagt? Das steht da wirklich. Nicht das, was du jetzt gerade denkst. Ein Glockenschwängel ist ein... Vergiss es einfach. So. So, ein neues Wimmelbild. Taschenlampe, Vogelkäfig, Vogelfeder, Brettspiel, Muschel. Vogel. Wo ist der Vogel? Ich habe einen an Vogel. Eine Feder und Brettspiel. Da ist zum Beispiel... Eine Öllampe. Ist das wieder irgendwas zum Offenmachen? Er hätte Schwängel gesagt. Einfach vor. So. Ähm. Ist das wieder irgendwas hinter meinem Gesicht? Ich probiere es mal. Nur zur Sicherheit. Da ist ein Vogel. Aber Vogelkäfig. Da ist eine Öllampe. Da ist die andere Öllampe. Vogelkäfig ist hier. Muschel ist hier. Feder. Neun. Neun ist doch bestimmt die Zahl, ne? Guck mal, die Speichel ist hier auch voll geil. Ähm. Die Neun. Die Neun. Die Neun. Die Neun. Ist bestimmt so offensichtlich. Und die siehst du da nicht. Ähm. Kerzenlöscher. Oh Gott. So ein Kerzenlöscher. Der ist auch... Der kann man auch gut verstecken. Hier ist der Kerzenlöscher. Taschenlampe habe ich schon gesehen. Die ist hier oben. Jetzt geht es noch darum. Wir brauchen eine Feder und eine Neun. Die Frage ist, wo ist die Feder? Da oben ist ein Auge. Tatsache. Links am Rand ist die Neun. Dankeschön, Sven. So. So. Ähm. Die Feder. Wo ist denn die Feder? Da ist ein Engel. Der hat zwar Federn. Aber das ist nicht die Feder, die wir suchen. Hm. Hier ist ein Duftbaum. Was macht ein Duftbaum denn hier? Tatsache. Hier ist die Feder auf. Dankeschön. Dankeschön. So. Wir haben etwas Nützliches gefunden. Die Taschenlampe. Juhu. Vielen lieben Dank an den Chat. Ne? Das macht so viel Spaß mit euch. Das ist so geil. So, Film im Bildspiel ist immer cool. So, ähm. Hinter hier. Der Fußboden wurde geflickt. Hm. Kann Taschenlampe nicht benutzen. Äh. Sonst irgendwas hier? Ich, äh. Okay. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch. Wir brauchen auch Wasser. Ansonsten ist hier nichts. Das heißt, wir haben hier alles abgegrast. Hier haben wir noch. Hier fehlen uns noch die Teile. Ähm. Er ist immer noch am Atmen, ne? Ja, genau. Eine Tiefwunde. Was haben wir denn jetzt im Inventar? Inventory. Wir haben eine Taschenlampe. Wofür brauchen wir die Taschenlampe? Ich gehe nochmal Richtung Wald. Ach, hier brauchen wir eine Karte, ne? Das war ja auch noch, ne? Oh Gott. Ähm. Wir sind kein Chat, wir sind ein Gewissen. So. Äh. Hier können wir auch nichts machen, weil uns fehlen ja auch noch ein paar Sachen. Kann aber liegen. Taschenlampe, Taschenlampe. Haben wir irgendwo einen dunklen Raum? Taschenlampe braucht man da, wo es dunkel ist. Ne. Ernsthaft? Ach, wir müssen ja hier noch die Leider reparieren. Die Leider. Meistens darf er sehr viel gespüren. Ach, stimmt. Tatsache, der Keller. Tatsache. So, benutzen. Er kann nicht... Er ist nicht tot, oder? Ist er das? Mord oder Selbstmord? Äh. Er hat Pillen geschluckt. Ich schalte besser das Licht an. Entschuldigung. So, äh. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein... Ohne Seil nützt nicht das viel. Ja, nimm's doch mit einfach. Was ist denn? Da schwimmt ein Korken im Wasser, doch er ist zu weit weg. So. Ein Fimmelbild. Juhu. Weiter geht's. Besen, Pinsel, Blatt, Beil, Pilz, Adler, Medizin, Pfannenwänder, Handschuhe. Zwei Stück. So, ähm. Der Besen ist hier. Den seh ich schon. So, ähm. Medizin ist hier. Was haben wir noch? Der Pinsel ist hier oben. Der Adler ist hier. Das Blatt ist... Ja. Schau mal, Karl. Das Blatt, das Blatt, das Blatt, das Blatt. Das Blatt. Also nicht das, nicht das Blatt, das Kloblatt, ne? Ähm. Da ist der Pilz. Der Toad. Der gute alte Fliegenpilz. Ja. Ein Beil. Ein Beil, ein Beil, ein Beil. Oh mein Gott. Wo ist der Beil? Der Beil. Der Beil. Der Beil. Das Beil. Da ist das Beil. Da. Ähm. Pfannenwänder. Das ist eine Fliegenklatsche. Da ist ein Lippenstift in einem Kerzenhalter. Hier ist ein Schlüssel. Da ist... Genau. Ein Kehrblech ist hier. Oh Gott, der Pfannenwänder. Ist hier oben irgendwas hinter meinem Gesicht? Nein, okay. Wolltest du nochmal ausprobieren? Ist das eine Waschmaschine? Alter. Ähm. Ist ja voll dreckig aus. Blatt rechts auf der Lampe. Tatsache. Dankeschön. Handschuh. Ah, jo. Ist das schon mal Handschuh? Das ist auch Handschuh. So, die Handschuhe haben wir schon mal. Fehlen nur noch. Der Pfannenwänder. Guten Abend, Wayne Jux. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und zum Live-Let's Play von, ähm, Enigmatis. The Ghost of Marples Creek. Oder die Seelen von Marples Creek. Äh. Wo ist denn hier eine Vision? Gerade verzweifelt den Pfannenwänder. Wo ist der Pfannenwänder? Immer noch rechts oben vor deinem Kopf. Das ist ein Mikrofon. Ah, hier. Tatsache. Gar nicht gesehen. Der ist bei mir aus der Range vom Bild. Ich sollte vielleicht mal, ich sollte vielleicht mal den, den, den Bildschirm einstellen, dass der richtig auf Range ist, weil, ich seh das gar nicht. Lol. Ähm. Ach, geht gar nicht. Das ist auch gut. Nein. Ja. Exit. So. Ähm. Was haben wir denn jetzt bekommen? Ich hab jetzt gar nicht... Ach, ein Weil. Ich überlege gerade, was können wir... Ah, ich weiß nicht, was wir machen können. Ja. 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 So. Survival. So. Hm. Wie einladend doch die Toilette ist. So, was haben wir hier? Wer haben wir jetzt zum Klempner? Oh Gott, ich fass es nicht. Ich muss die fehlenden Teile in die richtige Reihenfolge anbringen. Was? Zwei Verschlüsse, zwei Ringe, zwei Dichtungen und das Ersatzrohr. Er hat Rohr gesagt. Einfach so. Okay, wir brauchen hier bestimmt noch ein paar Sachen. Bevor wir hier loslegen können. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch? Hier oben nicht ein Dichtungsring. Den nehmen wir mit. Eine Taste nehme ich auch mit. Wasser. Das ist locker. Das... Was? Ventilgewinne muss wohl beschädigt sein. Ah, warte mal. Können wir das andere Ventilding anbringen? Hm. Alles funktioniert. Doch, es fließt kein Wasser durch die Rohre. Ja, aber wir müssen es noch reparieren müssen, vermute ich mal. Erstmal spielen wir Super Mario, genau.